Alter, ist das bescheuert. Bist du wieder aufgestanden? Nö, ich brenne immer noch. Das merkt man. Nee, 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 nee. Wo haben wir denn? Der Gift ist drüben, ne? Gift? Ja, die Giftresistenz. Ja, in der Kiste. Ich muss gleich sowieso rüber. Wie mir geht mich der ganze Material kaputt. Ja, ja, so langsam, ne? Ja, so langsam. Was habe ich denn? 71 mit 71 komme ich nicht weit. Der ist kaputt. Ich habe auch keinen anderen. Ja, komm, dann hau ich die 71 noch rein. Sag mal, wie viel Holz? Du hast gesagt, du willst Holz. Wir brauchen Holz, um da drüben zu bauen. Ist ja nicht so, da drüben keine Bäume stehen, ne? Also... Ja, aber wenn ich die Bäume da drüben erst fällen, muss es doch doof. Jetzt habe ich das Holz schon mal hier. Du wolltest Holz haben, da vorne ist noch ein Wald, gleich nicht mehr. Hallo, Herr Gewerkschaft, ich hätte da ein Anliegen. Was? Ich muss meine Schwertkämpfe üben. Die können dir da auch nicht helfen. Eine feine Voraussetzung. Stein? Weit ist es ja nicht mehr, ne? Weit ist es ja nicht mehr. Du solltest auch gucken, dass noch ein bisschen Distanz dazwischen bleibt, die hier vielleicht mit Kernholz und einer Brücke, also Holzbrücke, machen können. Damit die uns nicht dann da direkt lang kommen, diese Dauger. Sag mal, Baum, hallo? Was machst du denn schon wieder? Der wollte mich einen Baum erschlagen. Und der hat das sehr ernst genommen. Der hat das wirklich als Aufgabe angesehen. Der Baum. Ja, der... Also, er fiel in meine Richtung, quasi direkt auf mich drauf. Ich bin zur Seite gerannt und er kam hinterher. Und er hörte nicht aufzurollen. Also, der war wirklich... Der war hartnäckig. Das war was Persönliches. Bin mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich, weil ich Onkel und Tante gefällt habe. Ach, wir haben ja hier eine Werkbank. Ist ja geil. Wo haben wir eine Werkbank? Im Haus? Ich brauche gar nicht rüber. Wir haben da sogar zwei. Wir haben im Haus und in dem kleinen Schuppen vorne vor. Ja, für den... Hier, noch ein Dingsbuster. Ja, für die Hake. Und so brauchst du nicht rüber. Ich muss immer nur für meinen Kupfer hier rüber. Brauchste. Das heißt aber auch, wir hängen jetzt seit 15, 20 Folgen und versuchen irgendwie auf uns in den Sumpf zu kommen. Was man ja so nicht sagen kann, weil wir waren ja schon im Sumpf, weil wir sind ja qualvoll gestorben. Ja. Unsere ersten Erfahrungen haben wir ja damit schon gemacht. Sind übrigens, ne... Entschuldige die Wortwahl, aber die sind scheiße. Die ersten Erfahrungen? Die erste Erfahrung war scheiße. Ach komm. So schlimm war sie jetzt auch nicht. Wir haben auf den Sack gekriegt. Und das mächtig. Und das mehrfach. Aber ansonsten... Aber haut's scheiße. Eigentlich, äh, es hätte schlimmer kommen können. Wir hätten das Spiel ausmachen können und der ganze Fortschritt wäre weg gewesen. Oder wir hätten das Spiel ausmachen können und nie wieder spielen. Genau deinstallieren. Hm? Das stimmt auch. Ich hab dann auch, ne... Oh, was kommt jetzt? Ähm... Meinem YouTube... Ach, hab ich dir schon gesagt, ne? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, dass du jetzt... Hast du deinen Kanal Link endlich gemacht? Ja. Tapper Gaming. Ach, guck mal. Ja. Das passt. Das macht meine Frau auf. Dann hab ich das Streaming und Let's Play drinnen. Quasi... Richtig. Irgendwo. Also von daher... Passt. Ja, cool. Ja. Nochmal Glückwunsch und so. Ne? Jetzt musst du mir von deinen über 100 Mann mal irgendwie noch 49 so ein bisschen zuschieben. Das könnte ich gut gebrauchen. Glaube ich dir. Ich verstehe auch, wo drauf du hinaus willst. Auch wenn das so einfach wäre, ne? Das war auch nicht ganz so ernst gemeint, ne? Nein, nein, aber... Ich glaub, da kannst du wirklich... Da kannst du noch mit Shorts arbeiten. Das ist... Ähm... Ähm... Ich muss jetzt auch demnächst mal wieder welche machen. Ja, ich hab jetzt fünf Tage hintereinander. Ich bin nur noch am raushauen, das ist... Ja, ich muss einfach mal am Wochenende durchgucken, was ich so habe und was Shorts-fähig ist. Ich hab mir auch schon überlegt, da wollte ich sowieso noch mit dir noch absprechen. Oh, oh. Äh, was heißt, oh, oh, das ist eigentlich... Ich glaub, die Idee dahinter, die ist genial. Oh, shit. Wir haben ja jetzt knapp 60 Folgen. Ja. Vielleicht sollte man so Highlight-Folgen mal machen. Oh. Dann jeder für sich die besten Szenen raussucht. Ja. Sowas weiß ich, ich folge eins bis zehn oder zehn bis zwanzig dann. Okay. Dann wäre doch gar nicht so dumm im Endeffekt. Nö. Oder kriegt jeder auch mindestens eine Folge von durch? Zumindest. Ne? Mhm. Ach, ich hab keine Pfeile. Ah, sehr schön. Du meinst so Best-of erste zehn Folgen. Genau. Best-of. Genau. Okay, in erster Linie Tode zeigen, oder? Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich weiß, was bei mir reinkommt. Das ist auf jeden Fall der Fall aus dem Fenster. Nee, aber die Idee ist gar nicht so doof. Gefällt mir so ein bisschen. Ich habe keine doofen Ideen. Oh. Zehn Minuten Best-of. Und quasi so alle 30 Sekunden ein neues Teil. Und das vorher als Shorts rausbringen, damit du nur noch die Shorts zusammenschneiden musst. Kannst du auch. Der ist so doof, Nixe. Oh, das Chaui hat Marito aber ernst genommen. Habe ich das Gefühl. Ja. Anscheinend schon, ne? Ja. Oh, da musste er sein eigenes Film. Ich glaube, Marito kann mit Sarkasmus nicht umgehen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Manche Leute fütten das nicht. Nö, das ist aber... Oh, weiß, was mich da interessiert. So, der kann nicht die Bohne. Ja. So. Oh, mein Axt ist kaputt. Da ist er kaputt. Ja, das musste ich auch noch lernen. Und dann quasi ein Piep darauf zu geben, was andere über mich denken. Oh, mir ist das sowieso scheißegal. Mir ist doch scheißegal, ob die Menschheit darüber denkt, im Endeffekt. Was ist denn so schlimm an dem Minirock? Wir leben hier in einer Stadt, wo der sehr hochgetragen wird. Ja. Und da kannst du ja nicht in den Minirock im Endeffekt deinen Sohn in den Kindergarten bringen. Okay. So denken die hier. Ich verstehe, glaube ich. Ja. Wenn du dich angesprochen fühlst, ist das nicht mein Problem. Nicht. Aber ansonsten ist das hier. Jo. Ich habe gerade ein schönes The Floyd Video gesehen. Da hat er wieder News gemacht. Und hat von einer erzählt, die galt mal als Amerikas schlimmster Teenager. War dann irgendwie im Fernsehen bei Dr. Phil. Das ist ja irgendwie so eine komische Trash-TV-Sendung da drüben. Und ja, dann hat sie angefangen, irgendwie Musikvideos zu machen. Also als die bei dem war, war die halt noch minderjährig. Dieses Jahr ist sie 18 geworden. Und was darf man mit 18? Saufen. Nein. Oder fügeln. Ah, 21. Saufen. Aber... Ach so, das stimmt ja. Ne? Ähm. Verdammt, ich habe mir Fleisch verbrennen lassen. Ähm. Ne. Die dürfen dann aber einen Onlyfans-Account machen. So. Das hat sie dann vorher angekündigt. Und, ja, dann kam irgendwann der Moment, wo sie das dann auch gemacht hat. Ach, schön. Was schätzt du, was sie am ersten Tag verdient hat? Will ich's wissen? Ich bin mir nicht sicher, ob du's wissen willst. Aber wenn du schon so kommst, mindestens im Zehntausender-Bereich. Ja, das war, glaube ich, nachdem sie die Kamera angeschaltet hat und was scharf gestellt oder so. Ähm. Sieben Millionen. Bitte was? Sieben Millionen US-Dollar an einem Tag. Die erste Million war nach sechs Stunden eingespielt. Mit Onlyfans. Nach sechs Stunden? Nach sechs Stunden. Dann heißt, ihr hattet einen Stundenlohn von 160.000? Irgendwie sowas. Ist nett, oder? Kann man auch machen. Ja. Ich bin ganz ehrlich, für 160.000 die Stunde halt ich auch meinen Arsch in die Kamera. Das sage ich dir so, wie das ist. Du, ähm. Meine Frau meinte gerade nur. Meine Frau meinte gerade nur. Nee, das ist, den Fetisch, den will ich nicht bedienen, weil da werde ich auch bei Onlyfans nix. Ich so, du musst ja nicht die Million holen. Wenn du in der Zeit zehn Mille holst, ist doch auch okay. Wenn du die richtig anlegst, hast du ein Leben lang ausgesorgt. Sicher. Ja. Nee, aber will die Frau nicht. Wir wollen auch keine Opfer bringen, ne? Ja. Gut, wenn ich sagen würde, tu es für dein Kind, ist, glaube ich, in dem Kontext auch ein bisschen bescheuert. Ja, das habe ich, das habe ich aber damals schon gesagt. Ich würde allerhöchstens, wenn ein Kind wirklich sterbenskrank wäre und ich wüsste, ich könnte es damit retten oder halt die Operation oder so finanzieren, Ich werde erst sofort. Aber so, ich weiß nicht, was die Leute sich da darunter vorstellen. Das ist halt Twitch wird ja auch so langsam so Porno-Olefans-Kanal. Ja, aber die haben wenigstens noch ein bisschen Regeln, die halt dagegen sprechen. Die Regeln sind doch, das interessiert die doch nicht. Ohne Scheiß jetzt. Die sind so lächerlich. Der hast du leider nicht. Ja, die Regeln sind da, ja. Aber durchgreifen tut da keiner von denen. So. Also viel fehlt hier nicht mehr, dann ist die Insel enthart. Sollen wir mal wieder rüber schlafen gehen? Ich wollte die Brücke hier fertig kriegen, so langsam mal. Ja, aber guck mal, dann wird es schon wieder dunkel. Ja und? Hast du Angst im Dunkeln? Ja, dann sieht man so schlecht. Dann sind die Videos wieder so dunkel. Ach so. Dann mach doch den Gamma-Wert hoch. Der war gut. Das ist schicken. Ich seh schon nicht mehr, wo ich das Holz hinbaue hier. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier keine zwei Betten stehen haben. Wir haben hier stehen ja zwei Betten. Das heißt, wir könnten auch hier pennen gehen. Hier stehen zwei Betten? Ja logisch. Seit wann stehen die da? Seit 15 Sekunden, oder? Nein. Die haben wir damals gebaut, damit wir nicht jedes Mal hin und her schicken. Da mussten wir mal sterben. Oh shit, yo. Dann pennen wir nicht einfach hier. Da war was, ne? Ernsthaft? Ich bin nass. So. Da war was. Ich könnte mal eben darüber springen, um eine Axt in Ordnung bringen. Hättest du meine mitnehmen können, ne? Na, will ich nicht. Jetzt auch nicht mehr. Brauchst du was von hier? Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit? Nicht von mir. Von hier. H-I-E-R. Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit? Die kann dir diese Ort auch nicht geben. Meinst du nicht? Den kriegst du von deiner Frau. Warte mal. Manchmal bin ich mir da noch nicht so sicher. Ich schwimme. Wohin? Ich stehe auf der Umstaudamp und schwimme. Alter, was ist denn hier los? Das ist echt gut. Dann müssen wir den nicht nur ersetzen, zeitweise. So ist es noch. Mach der Scheiß, ernsthaft. So, ich komme jetzt zurück. Ein bisschen Stein müssten wir ja noch vor der Tür stehen haben, ne? Ja. Damit müsste ich eigentlich dann hinkommen. Dann bräuchte ich Pfeile. So langsam mal. Mhm. Alter, bist du Holzfäller? Falsches Spiel? Vielleicht? Das wollte ich. Deswegen bin ich in die Richtung gegangen. Warum? Ich habe doch gesagt, ich hole Holz. Ja, man kann es auch übertreiben, ne? Du wolltest Holz haben, du hast Holz gekriegt. Du musst ein Feuer unter der Kochstelle anziehen. Ernsthaft? Warum ist denn dieses Feuer aus? So, das geht raus. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Alles nehmen wir alles mit. Ja, komm, mach mal die Kiste leer. Nehmen wir die mit rüber. Komplett. Brauchst du noch irgendwas? Ach, guck mal, hier sind die Pfeile. Ich habe eine Angst. Wir nehmen die Dings mit. Ich nehme die Dings mit. Ja, ich nehme die Dings mit. Ich nehme die Dings mit, ne? Nehme doch mal die Dings mit. Ja, ich nehme die Dings mit. Ähm, 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 was kann ich denn hier lassen? Die Steine kann ich hier lassen. Die bräuchte ich nicht. Braucht man die Buchen Salen? Braucht man die hier? Ne, ne? Was haben wir hier drin? Buchen Salen. Sag mal, Harz, das nehme ich mit. Warum willst du nicht brennen, du blödes Feuer? Weil es regnet. Ja, da ist ein Dach drüber, da ist Wände drum. Ah ja, sagst du. Sagst du. Hier liegt auch noch ein Hammer. Die Fackel kann ich auch hier lassen. So, den nehmen wir mit. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein in das Portal. Papa, lass das sehend sein. Ihr wisst... Ne, also... Ne? Ne? Ja. Ne, äh... Was wollten sie sagen? Ne, ne, ne. Schwer, sprech dich aus. Sprech dich aus. Ne, hör aus. Auf, 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 auf. Wenn's dir gut geht. Edelholz. Ich brauch 15 Edelholz und hab 14 Edelholz. Äh, 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 äh. Hier in der einen Kiste lagen 11. Das spiel verarscht mich doch hier. Oh, guck mal. Tschüss, Hirsch. Puff, ja. Tschüss, Folge, ne? Oh ja, Tschüss, Folge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020